Herzlich Willkommen, hier ist dieser Paul mit dem Thema. Der CronTab Generator hilft beim Erstellen von CronJobs. Egal ob man mit CronTab-e eine CronTabelle für den eigenen User anlegt, mit SUDO CronTab-e eine systemweite CronTabelle generiert, gleich die //edc//cronTab bearbeitet oder in //edc//cron.id einen programmspezifischen CronJob ablegt. Es gilt immer dem CronJob zu sagen, was er wann ausführen soll. Dazu gibt es die ominösen ersten fünf Angaben in der CronJob-Zeile. Die Syntax für einfache Aufgaben zu lernen, ist nicht sonderlich schwer. Meist reicht ein Blick ins Wiki, zum Beispiel hier bei wiki.ubuntu-users.de. Manchmal müssen wohl auch erfahrene Admins ein paar Minuten grübeln. Ganz so einfach lässt sich manche Logik nicht zusammenstellen. Aber per Mausklick ist das schnell gemacht. Man muss nur wissen wo. Mit dem CronTab Generator und zwar auf der Seite www.crontab-generator.org lassen sich CronJobs Schritt für Schritt mit der Maus zusammenbauen, so dass man am Ende nur noch die CronJob-Zeile in die CronTab des betroffenen Systems übernehmen muss. Der Generator beachtet dabei auch die Aufgaben. Man kann sie verwerfen, in eine Datei schreiben oder per Mail verschicken. Damit dürfen die meisten Anwendungsfälle wohl abgedeckt sein. Hier kann man alles einstellen. Und zwar die Zeit. Und hier unten gibt man dann ein Kommando hinzu, zum Beispiel fuba und dann generieren. Und so sieht die Zeile dann aus. Die kann man übernehmen oder auch nicht. CronTab kommt von Chronos. Einmal vom griechischen Chronos, was Zeit heißt. Und vom lateinischen Tabula, was soviel wie Tabelle heißt. Also Zeit-Tabelle heißt das dann insgesamt. Das war unser Power von eurem Screencast. Ciao und viel Glück! 아직 mal beim nächsten Mal. Ich bin kein Film. Aber es ist tatsächlich ein Film. Ihr Kostet-Tabelle ist ein Film. Ich bin kein Film, weil es Bonus zu schlussisch. Wie geht es das Video.